Ich fang einfach an. Hello you guys! Ich hänge extremst hinterher. Es ist mittlerweile schon der 23.7. Und ich schaffe es jetzt erst, mir Folge 160 reinzuziehen. Mein Chat hat mir soeben gesagt, dass ich mit ungefähr drei Folgen hinterherhänke. Deswegen, let's go! Let's go! Lass uns da reinschauen. Ich bin sehr gespannt, was da so abgegangen ist. Ich hab sehr viel verpasst. Die ganzen Insider fehlen mir ja. Wenn man Twitch Clips Germany nicht guckt, dann kriegt man keine Insider mit. Ich fühle mich richtig lost. Keine Ahnung, was meine KollegInnen da so raushauen, was sie so machen. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich freue mich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Why ever you do this! Let's go! Ich hoffe, wir sind wirklich schneller. Lol, da lag eine Waffe. Oh no, oh no! Oh lol! Oh lol, ich hab nicht hingeguckt. Oh nee, ich hab nicht hingeguckt. Süß. Haffi, thank you so, so much! Vielen, vielen Dank, Dinkelberg, für deinen 15 Monate, sweetheart. Danke, dass du hier bist. Hallo mir und viel Spaß bei der Folge Twitch Clips. Dankeschön, mein Schatz, dass du süß von dir. Schön, dass du mitschaust. Let's go! Falls du das überhaupt tust, I don't know. Aber danke, dass du das am Start bist. Aru Kori Hey, well, 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 why not? Captain Jack Sparrow. Cool. Aru Kori Aru Kori Aru Kori Aru Kori Aru Kori Ach, wie funky ist das denn? Darf ich mal ganz kurz fragen, wenn, wenn jemand von euch Captain Jack Sparrow kennt, sitzt der immer im Cosplay von, von Jack Sparrow da? Is that his thing? Das ist ja ultra, ultra interessant. I wasn't aware. Krass, geil, ohne Scheiß. Ich merke nur, du machst dir jedes Mal die, die... Hm. Das ist a lot of effort going on. Mega sweet. Mega sweet. Das ist aber auch neu, weil ich hatte meinen immer, da oben bei, du kriegst auch jedes Mal hin, ne? Dalu, let's go. Hä? Das ist so schön. Dadurch, dass ich ja jetzt auf der TwitchCon war und diese wundervollen Gesichter, die ein oder anderen wundervollen Gesichter jetzt halt auch so privat kennengelernt habe und mit denen vielleicht drei Sätze gewechselt habe, habe ich so ein Awww, awww. I don't know if you can relate, aber ich habe das Gefühl, ich kenne die jetzt so. Das ist so, it's a different story out of nowhere. Divi leiden, so eine süße Maus abzuhaben. Au, scheiße, warte, bin doch noch nicht rein. Au. Nichts passiert, Divi, nichts passiert. Ich hatte noch ein pießes Glück. Gar nichts. Nein, das ist so. Vielen Dank, Divi, mein Schatz, für deinen 13. Monat. Hallo. What's up? Vielen, vielen, vielen Dank. Bless you. Und Willy mit Chili. Deinen Namen kenne ich doch. Vielen Dank für dein Follow, du Sweetheart. Du bist doch der wundervolle, auch Sänger, oder nicht? Danke, dass du hier bist. Danke für dein Follow. Let's go. Ich liebe Ehrensache. Freundin, es gibt keine andere Frau, außer meiner Freundin, dessen Titten ich genauso gehe. nee. Warte, was? Ja, warte nochmal. Moment. Moment. Das ist eigentlich nur jetzt zweimal hintereinander ausgewiegen. Ja, gut. Keine Katze. Deswegen, Chat, ist es zu klein, um richtig zu zielen. Splittergranate. Einfach Splittergranate. Das ist auch das Problem. Deswegen wäre ich in der Pokémon-Welt nicht gut aufgehoben. Pikachu setzt Sonderblicks ein, Samtags. Das ist dann Platz Katsu. Platz Katsu. Gaming-Plächen. Achtung. Ich habe meine Nase von meinem Hintern. You are freaking beautiful. Schau mal, wie wunderschön sie ist. What the heck? You know, you're like. Aber deinen Hintern würde ich gerne kennen. Nein, nein. Das war's. Das habe ich, ich meine das nicht so. Ich meine, dein Vater, nein, das meine ich auch nicht so. Warte. Oh Gott. Unangenehm. Unangenehm. Oh je. Aber sie hat ja so sweet reagiert, ne? Ohne Mist. Da hat sie, da hat sie so süß reagiert. Wir haben, wir haben ja, wir haben ja da, da, da hat sie, da habe ich auch einen Clip zugekriegt. So süß. Manchmal weiß ich nicht, was ich labere. Jess, my lovely, what are you doing? What is she doing? Okay, 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 okay. She's slapping it though. She's slapping it. Look at those slaps though. Ja. Verlassen. Die Palme, die nicht geslappt werden wurden. Ach ja, ach ja, Mausi. Ja. Sie wollte nicht, sie wollte nicht ihren Topf verlassen. Shit. Ich meine, 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 Gabi Gabi. So. Buuuuuh. Danke für die Donation. Was ist das denn hier? So. Da kommt aber jetzt kein Dämonen heran. Was geht hier wieder ab, Leute? Kapuzen. Ach, der Kapuzen. Wir bewegen uns gerade in eine Richtung, die ist... Ah! Oh mein Gott. Ich will der Jams gehen. Was? Plang... Plang... Plangetreu. Plangetreu. Was heißt denn schon wieder Plangetreu? Was ist das hier? Ne, da steht Plangetreu. Ich hab's auch falsch gelesen. Ich krieg da... Ich hab ein ganz furchtbares... eine ganz furchtbare... Leserechtschreibschwäche. Ich hab den so gefühlt, den armen Kerl. Lord... äh... Pappnase. Das fühl ich total. Ich hab's nicht... Ohne Scheiß? Ohne Scheiß? Ohne Scheiß? Das klingt so falsch. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Falling in reverse drugs und so. So sollte das gar nicht klingen. Oder sowas. Ich hab Bock auf Drogen. Ich möchte irgendwie Bier brauen oder sowas. Die... Die wahren Drogen. Die ganz... Die ganz echte Droge. Ne, der Keller ist feucht bei mir, aber aus anderen Gründen. Warte, nein. Pottum. Mehr sag ich nicht. Die hat ein Schild, wo es slippery, slippery when wet. Nice. I appreciate that one. Im Schlafzimmer. Wohlbemerkt. Im Schlafzimmer. Jeder hat es falsch. Im Ernst? Das ist aber voll gemein. Isn't it? Hallo Koka, mein Herz. Einen wunderschönen. Mann. Ich hab kein neues... neues Wasser mehr. Das heißt, wenn ich nix mehr zu trinken hab, hab ich nix mehr zu trinken. Oh, Camilo hab ich auch sehr gefeiert, als ich sie gesehen hab. Die ist so sweet. Alter, Sklettpferd. My Flash, where? Holy shit. What? 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 No! Ja, let's fucking go. Es ist direkt ein Blitz in das Ding eingeschlagen. Und das wurde... Das Problem ist, wenn man keine Ahnung hat von Minecraft, ist das echt... Du siehst nur so so verpixelt... also halt offensichtlich verpixeltes... etwas. Ich kann gar nicht einschätzen, was was ist. Das ist ganz wild für mich. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal spielen, oder? Ah, Panikfehl. Übelst gruselig. Pick me down! My hand... What the fuck? Telekom. Janet, ja. ...is jetzt am PC. Wir haben kein Vodafone, denn das muss ich noch kündigen. Fühlig. Sonderkündigungsrecht, weil das Internet von Vodafone nicht alles gibt, für was ich so bezahle. Mein Gott, fühle ich. Das fühle ich sehr. Vielleicht sollte ich demnächst auch... Da kann man wenigstens nachdenken, bevor man Scheiß erzählt. Wenn man bei jedem Mal einen Club macht... Jedes Mal, wenn ich was sage, könnte ich ja so knipsen, schnipsen, klatschen, bevor ich dumme Dinge sage. Ich fühle das. Und ich hatte gesagt, legit, das ist das gleiche Problem. Ich habe auch ewig versucht zu kündigen und die haben mir... Anstatt irgendwie... Ach, never mind. Das ist so painful. Vodafone, einfach painful. Leonie, mein Schatz. Ich danke dir vielmals für deinen elften Monat. In meiner First Class, du Mausezahn. Das ist nicht dein Ernst. Ich danke dir vielmals für Tier 2. Vielen, vielen Dank. First Class. Hi, Purs. Steht er da? Nee, tut er nicht, ne? Mann! Ich hasse euch so viel. Ich hasse euch so viel. Ach, mausig. Seht ihr diese Katzenpfote, die da gerade versucht, mein Radiergummi zu klauen? So süß. Es kann nicht wahr sein. Würdest du jetzt bitte meine Radier... Hallo? Würdest du bitte mein Radiergummi jetzt da nicht lassen? Diese Fötchen. Aber diese Fötchen! Kannst du doch nicht machen! Ich habe ja noch ein Ersatzding, aber trotzdem. Nein! Aber dieses Fötchen! Skyline TV, ne? Auch so ein lustiger Kauz. Den habe ich da auch kennengelernt. War nämlich auch bei dem Dinner dabei. Es war so... So ein lustiger Kauz. No, no, no shit. Wirklich. So ein cooler Typ. Wir machen einfach gleich Akkuwechsel, sobald es ein völlig besoffener kommt. Ich mach dich auch mal, ne? Ja, Chloe, tatsächlich. Ich habe nicht so wirklich verstanden, warum. Ich habe nicht wirklich mitgekriegt, weshalb, aber ja, tatsächlich ist das passiert. Habe ich zumindest gehört. Auch komplett übertrieben. 14 Tage? Für was? Oh Gott, ich hätte vielleicht mal nachhaken sollen. Hey, guck mal, wie der steht. Wie der steht. Malinsky. Also. Locked up. Blast. Den habe ich leider nicht kennengelernt dort. Hä? Hm. Ist das irgendwie schneller als es sein soll? Der verzieht nicht mal das Gesicht. Holy crap, der so. Oh, nix. Every, every, every Monday morning. Ich glaube, er hat es so getan, als hätte er von Giants ein Spiel. Ach so. Der hat auch noch nur so getan und dann wurde der dafür belangt, einen simuliert hat. Er hat aus Gag von einem Unbestand Farming Simulator nach 10 Sekunden wieder hingeregt. Boah. Besser. Ich sterbe doch nicht zu schnell. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Ich sterbe zu. Als ob man offensichtlich vor, in einem Livestream offensichtlich Dinge klaut. Das ist so lost, als wäre das kein Gag. Ich check das nicht. Einfach mal. Tschüss, Humor. Schnell, ich bitte dich. Neki. Der Herr mit der wundervollen Kamera und Beleuchtung. Gut. Vielleicht, wer weiß. Wenn du Alternative für veganes Hackfleisch... Die war nämlich auch da. Die Mausi. Die habe ich... Ich habe mich so geärgert, dass ich... Ich konnte leider in dem Post nur 20 Menschen quasi verlinken und ich war so traurig, als ich am Ende nochmal in das Video geguckt habe und dann so viele Namen gesehen habe, wo ich dachte, die hätte ich da auch verlinken wollen. mache ich nämlich in der nächsten... Ich habe noch ein paar coole Bilder. Die ist so süß. Die war auch mitten im Geschehen bei meinem Auftritt. No joke. Die ist so sweet. Jetzt kannst du Bohnen kochen. Boah, Alter. Schulz. Shit. Der kam von ganz unten. Geil, Mann. Den habe ich ja gefühlt. Das war doch schön. Das war doch... Das war... Big Time Clubs. Wundervoll. Habe ich ja letztens schon festgestellt, haben wir gemeinsam ja schon letztes Mal festgestellt, dass Akirinia... Aki? Akirin einfach eine wirklich, wirklich schöne Stimme hat. Bock auf Duett? Ja, Abfahrt. Ha! you gotta be the one that saves me, that saves me. And up there, you're my wonderful. Zwei Stimmen stehen mir nicht. Ich bin so schlechterin. Aber well. Axelund! Oh, Axelund. Mehr, Rob. Mehr. Fucking awesome. Oh, ja. Rob. Mehr. Oh. Oh. More. Thank you. Oh. Yeah. Mehr. That looks weird, though. It looks odd. Chico. GTA. Wow! Wow! Warum denn? Benutz mal die Klingel. Das ist eine Klingel. Einfach garstig. Wo ist eine Klingel? Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr gesehen? Knock, knock. Wo ist eine Klingel? Knock, knock. You can knock? Nein, unten an der Treppe. Ah. Das passt. Ah, ihr, 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 ihr kennt, ne? Ah. Hä? Wo? Man kann nur knock, ne? Klingel. Wow. Imagine. Aber wie kann das? Man hat die die ganze Zeit nicht gesehen, ne? Ne, man hat das nicht gesehen. Doch, da. Aber man guckt doch da nicht hin. Mann. Hä? Ich hab's nicht gesehen. Klingel. Mann, das Gaming-Sofa sieht. Hallo, Hauke. Hi, what's up? Hauke, ich geh hier raus. Herr Hauke. Der Maus ist da. Hallo, Hauke. Ja, nee, warte, ich kann nachher wieder rein. Cool. Oh, hallo, Hauke. Was machst du denn hier? Ah, hallo. Du auch hier und nicht in Hollywood. Geil, ne? Ja. Natürlich. Dirk, let's go. Überleg mal, ich sag so Tanzfläche macht die Polly und die halbe Tanzfläche, so tausend Leute. Was hat der kaputt gemacht? Tausend Leute. Oh nein. Der hat den Bildschirm kaputt gemacht. Imagine, das machen tausend Leute. Hey, Chet. Hallo. Ich bin euer VLC-Player. Ihr habt mich vielleicht schon vergessen, aber ich werde immer in euren Herzen bleiben. Ohne Scheiß, VLC-Player bester Mann. Wenn alles andere nicht funktioniert, VLC-Player bester Mann. Kann man nicht anders sagen. Ist das so gedacht? Eine Lotta. Ich bin ein kleiner Mensch. Ist das für kleine Menschen gedacht, dass ihr Po den Boden berührt? Oh. Sie ist Stepperin. Eigentlich ist sie Stepperin, die eine Lotta. Oh. Aber, aber, wisst ihr, was schon immer mein Problem mit Sportstreams war? Dass wenn man... Wir machen mal kurz den ultimativen Test. Sie redet zwar, aber wir machen mal kurz den hier. Achtung, aufgepasst. Hey. Nein, das darf nicht laufen, so. Ich bin ein kleiner Mensch. Ist das für kleine Menschen gedacht, dass ihr Po den Boden berührt? Oh. Oh. You get what I'm saying? You get what I'm saying? You watch it without freaking... You... You don't watch it without freaking... You know what I mean? Wisst ihr jetzt, was ich meine? Und ich habe meine ehemaligen Sportstreams sehr genau, sehr genau, sehr genau unter die Lupe genommen. Und es ging in einer Tour. Oh. Oh. Oh je. Ja, Hilfe. Ich kann nicht mehr. Oh je. Das ist halt belastend. Das ist ultra belastend. Seriously, Sportstreams, they fucking suck. Fuck, das gibt... IFA 35 Dirty Mind. I seriously... Ja, fühle ich. Fühle ich. Aber man kann ja eine eigene Dings aufmachen, aber ich weiß nicht, wie viel. Er hat es in die Mikrowelle gestellt und die Schüssel ist zu warm. Wetten? Kennt ihr das, wenn ihr in der Mikrowelle Essen warm macht? In der Ding? Und das Gefäß ist tausendmal heißer als das Essen selber. Ja, fühle ich sehr. Aber ich glaube, das Essen ist richtig kalt. Safe call. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Mann, das passiert in letzter Zeit so häufig. Florentinos. Du hast mir die Zunge verbrannt. Meine Lippen. Sie hat alles beobachtet. Nee. Ich pinkel nicht auf meinen Stuhl. Okay, warte mal kurz. Doch, das tue ich. Aber nee, lassen wir das Thema. Oh Gott. Warte mal. Kann ich Stelusia vielleicht auch empfehlen? Es gibt diese Erwachsenenwindeln. Die trage ich auch immer, wenn ich spiele, die gruselig sind. Dann trage ich immer Erwachsenenwindeln. Und das ist ganz fantastisch. Oder vielleicht ist es so ein Ding, weil ich 35 bin und Angst habe, mir plötzlich das... Okay, warte mal kurz. Doch, das tue ich. Aber nee, lassen wir das Thema. I don't know. I don't know. Was ist passiert? 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 Ich glaube, sie... Ach so. Ach so. Chloe Bass. Ach so. Oh Gott. Was? War das ein neuer Song? Ist ein alter Remix von Chili... Ach so cool. Das ist cool. Und Julie Verso. Ui. Oh, Julielein. Die ist so schnauzig. Oh, Suki. Suki. Suki ist eine absolute Ehrenfrau. Ich liebe diese Frau. Ohne Scheiß. Die ist so süß. Suki im Bikini fühle ich aber auch. Glaubt ihr mir? Ich glaubt ihr mir, dass ich nicht wusste, wie Suki aussieht? Ich wusste nicht, wie Suki aussieht. Und ich dachte auch, das wäre ein gut behütetes Geheimnis. Und dann steht die plötzlich vor mir und ich bin so... Wer? Was? Du, Suki? Wie cool ist das denn? Ich dachte die ganze Zeit, Suki wäre ein gut behütetes Geheimnis. Man wüsste nicht, wie Suki aussieht. Die ist so sweet. Okay, let's go. So scary ist das Spiel nicht. Hey. Naja, Madison hat bei ihm wohl doch gefetzert. Ja, lacht das rein. Fuck off. Ihr sitzt nicht alleine, ihr guckt mir zu, wie... Du hast doch zwei Jens. Oh, mausie. Lizzie... Du kannst nicht alle kriegen. Wie soll. Was hat das passiert? Uff, sie erkannt, sie haben auch den Krieg. Das war so fucked up. Was? Nein! Nein. Nein. Dieses Spiel ist aber auch painful, oder? So am Ernst. Bärle, mein Schatz, du hast Emily eingeladen. Thank you so much, Bärlelein. Und Elby, mein Engel, vielen Dank für ein ganzes Jahr. I appreciate you. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Tausend Dank für euren Support. Das ist ja insane. Thank you, guys. Hallo, Sepp, meine Herzchen, dass du hier bist. Wenn du nach Hause schaffst, schafft ihr drei... Nein! Oh, ich liebe dieses Instrument. Dudelsäcke generell finde ich schon wild, aber das ist schon so geil. Ohne Scheiß, Michael. So geil. Das ist so geil. Und du machst das auch halt aus dem Kopf raus, ne? Du spielst nicht nach irgendwelchen Noten, gell? Du machst das nach... Nach... Nach dem Gehör. Ey, ist schon ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Das war meine Ex-Band. Ach so! Ach, krass! Was hast du da gemacht in der Band? Hast du da Dudelsack gespielt? Fühle ich aber. Ich kann es an Noten lesen, aber ich habe es gehasst, die Noten zu lesen. Ich habe es immer nach Gehör versucht zu spielen. Hapier. Ja, was sonst? Okay, ich dachte, du hast mehrere, vielleicht sogar die Gitarre oder sowas noch gemacht. Oder weiß ich nicht. Cool, mega sick. F-F, Digga. Das ist auch ein dickes F an der Stelle. Mega schön. Öh. Ich mache die nochmal tot. Weil das war smart. Das hat auch ganz gut funktioniert. Niki never grow up. Grow up. Süß! Niki never grow up. I never grow up. Süß! Tot. Weil das war smart. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ah. Oh nein. Was isst du mit deinem... Stopfst du dir das ins Ohr? Ja, hör auch auf, dir das ins Ohr zu stopfen, du Vollidiot. Paui. Ist doch meine Sache, wie ich mein Mittagessen esse. Du hieß Ohr. Alter, das ist Kubaner, ne? Wer kennt es nicht, erst mal geschmeidig das Essen ins Ohr, in die Ohren. Hallo Odin, Schatz. Der Glanz. Quit bitte deine Streamer-Karriere und werde bitte Synchronsprecher. Und darauf schreiben Leute, bitte, bitte ja. Okay. Na dann, war's schön mit euch. Die letzten Jahre haben mir viel bedeutet. Aber man sagt, ja, wir werden's am schönsten, das nicht wahr? Süßes Endbild. Auf wieder, tschüss. Schaggis, was passiert hier? Schaggis, was passiert hier? Schaggis, was passiert? Wer kennt es nicht? Das passiert mir jeden Morgen. Das passiert mir jeden Morgen. Hilfe. Horror Pumaschatz, vielen Dank für deinen vierten Monat. Look, ich krieg dein Prime-Diss wieder. Thank you so much. Süß bin dir. Immer mit den Ohren. Oh, es tut mir leid, ich muss. Sie haben fun, that's so much fun. Switch Farming, Abfall Mutig, da kommt ein Auto von vorne Absolut dumm Oh wow Habt ihr das gesehen? Was ein Vollidiot, habt ihr es gesehen? Wow, der ist einfach Also so ein bekloppter Mensch Wow Wer Ehre hat, fährt Auf der Gegenfahrbahn, okay Ich wollte gerade sagen, die Wagen ist das nicht schnell Scheiße, war eine dumme Idee Maulina Oh Oh Was ist das mit Spiel? Oh Gott Die ist doch so ein Sweetheart Aber da waren wir doch auch vor kurzem Erst bei ihr, süß ist die Und jetzt einfach nur nicht runterfallen Ne, wir müssen jetzt auch gar nicht hier Zeig mal Oh Was war das? Hier Zeig mal Oh Das sah schmerzhaft aus Ich bin mit dem Ohr und Knie verhängen geblieben Aber der hat überlebt Der hat dadurch überlebt, ist er natürlich Oh, Alter Aki Punkt eins Selbst schuld Weil du hast die Sounds eingespielt Punkt zwei Mach die Scheiße nicht so laut Dann passiert sowas auch nicht Ich, ich kenn das selber Ich hab ja selber unten, ähm Soundalerts eingestellt Mach raus Oder leiser Ich hab gerade mein Mikrofon, also mein Headset auf Auf Weiß ich nicht Wie gut hat das denn jetzt funktioniert Weiß ich nicht Weiß ich nicht So, wer im Glashaus sitzt und so Gelernt Italiener sind Katja Katja ist am Start Und jetzt, jetzt müssen wir uns alle zusammenreißen Core, okay? Wir reißen uns jetzt alle zusammen Wenn, sonst, sonst, sonst ist hier wieder, sonst müssen wir hier wieder durchwichen bei euch Krokodile Große Klappe, kurze Beine und die ganze Kraft im Schwanz Maybe fahre ich doch nicht nach Österreich oder nach Italien in Urlaub, man weiß es nicht Habe ich das nicht richtig gemacht? Große Klappe, kurze Beine und die ganze Kraft im Schwanz Maybe fahre ich doch nicht nach Österreich oder Italien in Urlaub, man weiß es nicht Das war das, wo ich am Anfang schon nicht gecheckt hatte, dass er diese italienischen Wurzeln hatte Unangenehm Sie hat es direkt gecheckt, wisst ihr mal Smart ist sie auch noch Cutie Pie Finde ich halt sehr cool Wenn man halt Ich muss ehrlich sein, ich habe mehr Jungs als Freunde Hä, ich habe mehr Jungs als Freunde gehabt Ja Sauber Sauber Mehr Jungs als Freunde Hä, ist das nicht richtig? Ich hatte auch immer mehr Jungs als Freunde Nicht It's me, Riku Schatz, ich danke dir vielmals für deinen Prime Wie süß bist du denn? Thank you so so much Dinkelberg, danke für die 100 Bits Horror Puma für die 100 Bits Seid ihr denn das Wahnsinn? Ich habe den auch nicht gecheckt Achso, sie meint Partner und nicht Jungs Freunde, also Achso, sie meint Partner und nicht Freunde Freunde, weil ich hatte immer männliche Freunde Mehr Jungs als Freunde Ach ja Gehst du runter? Gehst du runter? Gehst du runter? Gehst du runter? Nein Das war mehr als runter Mein, mein schönen Mein Herbens Mein Herbens Oh Loil, was war das? Loil, was war das? Paul Was zum Fick? Was ist da passiert? Das war ein Zettel Oh Gott, ich habe mich zu tun erschreckt Hä, aber von wo kam der denn? Ey, bitte sag mir, da steht jetzt drauf Nein, der kam von meiner Frau Wenn da jetzt draufsteht Miraculis fertig, gehe ich kaputt, Alter Nee, da steht, öffne mich Öffne mich Ey, zeig das nicht nochmal, vielleicht stehen da versaute Sachen drin Na, oder doch? Awww 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 Jede liebe dich Genau Awww Awww Wie süß Das war wirklich süß Habt ihr mal sowas gemacht für jemanden? War schon ziemlich süß Awww 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 C Awww 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 Mischen Ein Awww O Awww 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 Guck mal, was mit dem Gesicht passiert. Deine Augen. Ach, Mann. Na, über den Stein da. Oh, Mann. Habt ihr das auch gesehen? Sie rechts, hier da, über den Stein da. Warte, 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 warte. Das geht nur, wenn man richtig gut befreundet ist. Toro ist wirklich so ein Züchtergeist. Das ist, glaube ich, dadurch, dass sie befreundet sind. Das ist so Scherz unter Freunden. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist denn? Warte, 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 warte. Hört ihr die doch einfach. Die hätt schon längst tot sein können, wenn du nicht panisch rumgerannt wärst. Und einfach mit dem... Die ist einfach weg. Mauki ist weg. Und sonst so, Leute. Hi. Maus? Lebt die noch? Warte mal. Was? Ich... Hört ihr die doch einfach. Ihr könnt vielleicht tot sein können, wenn du nicht... Scheiße. Maus? Krass. Was für ne... Lebt die noch? Wie süß. Da ist ne Maus! Sag mal, geht sie doch gut! What the fuck? Du Mörder! Du Mörder! Du Mörder! Ekelig, eklig! Das machen Katzen normalerweise, gell? So Rausgänger-Katzen. Aber das ist aber alle voll belastend. Ich glaube, das ist doch normal. Das ist normal. Das ist normal. Aber ich weiß nicht. Ich könnte damit auch nicht so gut. Wir haben eben einen Counter gemacht für Mäuse bei Mauki. Weil allein heute schon wieder zwei da waren. Oh no. Aber ich liebe Mäuse. Deswegen kann ich keine Schlangen haben. Ich liebe Mäuse. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich das Leben einer Maus nehme, um eine Schlange zu füttern. Ich kann es nicht. Deswegen kann ich keine Schlange haben. Es war eine schwere Entscheidung. Aber krass. Ja, aber das ist bei Raus... Bei Außen... Raus... Außenkatzen? Raus... 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 Keine Ahnung. Auslaufenden Katzen? Nee, die laufen doch nicht aus. Wie sagt man das? Ich habe nur so... Ich habe doch nur so Hauskatzen. Team Naga? Well, yeah. Freigänger! Freigänger. Danke. Draußenkatzen? Ich weiß es nicht. Ich labere, du Scheiße. Guck mal, ich freue mich. Ich habe einen Mount. Hui! Ich habe die Tische. Die Tische habe ich bekommen. Die Tische. Die Tische. Die Tische. Die Tische. Die Tische. Okay. Es ging weiter als Abadent. Es ging weiter als Abadent. Shit. Who was overexcited, I guess? Outdoor Katzen. Meine Lieben, ich gucke mal, ob ich euch noch irgendwo umbringe. Oh, jetzt sage ich das schon. Wieder unterbringen, weiß ich. Warum sage ich immer umbringe? Wo ich euch jetzt... Ja, 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 ja. Das hatte sie letztens schon mal gebracht, gell? Geil, Mann. Das ist, wenn du zu viel so Killer-Games sagst. Meine Sandy Jacks! Sandy! Was war das? Warum sage ich immer umbringe? Ist das eine Softbox? Oh, 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 oh. Das ist eine Softbox, ne? Nein! Schuh, schuh! Oh, meine Güte! Oh, mein Gott! Es passiert so viel auf einmal. Oh, mein Gott! Nein! Schuh, schuh! Oh, Mann! Was war denn da los? Da sind so viele Sachen auf einmal gerade passiert. I can't even comprehend. Crazy! Ach, Herr. Aber ich wollte mal demnächst zu ihr, da mit ihr ein bisschen rumkramen. Ein bisschen rumkramen. Ich möchte gerne, ich möchte gerne bei dir kramen. Ich möchte gerne ein Setup bei ihr kramen. Ist das gemein? Nee, ne? Ist voll nett von mir. Ja, da hätte ich Bock drauf. Eine traurige Sockenkiste, besser gesagt. Wisst ihr, wozu die ist? Nein. Wenn man immer nur eine Socke von dem fehlenden Paar reingemacht hat, schaut man in die Kiste und dann findet man in der Regel immer mindestens 60 Prozent der Socken da drin sind dann Pärchen. Ich sag's euch, das ist genial! Das ist so einfach. Das ist schon smart. Ich hab tatsächlich immer nur so eine Ecke, wo ich dann, wenn ich die andere Hälfte nicht finde, bin ich so, okay, du musst jetzt leider hier auf dieser Bank warten. Aber eine Kiste? Eine ganze Kiste? Das heißt, die haben echt viele Socken, die Suiten. Ich liebe Simsalabemis. Ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann schaffe, mal einen Termin mit ihr abzusprechen, wann wir zusammen mal irgendwie irgendwas kochen oder zusammen streamen. Die ist auch so sweet. Aber ich hab's einfach nicht irgendwie, mich um so Zeit zu kümmern. Das ist crazy. Stimmt, Love Shaker. Wir gehen. Wir gehen. Lassen wir die mal in Ruhe. Oh, ist das pikante Bette. Anybody want coffee? What? Meine Blutgruppe ist schwarzer Kaffee. Okay. Das war so odd. Das war so odd. Meine Blutgruppe ist schwarzer Kaffee. Okay. Was ist denn dieses Okay-Ding? Timing ist alles. Das ist so creepy, isn't that? Das erinnert mich an diesen... Boah, Leute, ihr erinnert euch doch Safecore, als wir uns dieses ganz, ganz, ganz furchtbare Zeug angeguckt haben, wo der mit den Dingsfingern... I want to curse you. Was war das nochmal? Dieser Dingsfingers. Wie hieß der nochmal? Irgendwie... Ihr wisst, wen ich meine, oder? Dieses ganz furchtbare... Salad... Mr. Saladfingers! Oh Gott, ja! Oh! 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 Dude, and that gave me those vibes. I don't know. Das ist so schlimm. Boah, das ist so fies. Mir tun meine Gelenke alle weh. Oh. Aber ist wirklich so. Bei Unity. Wow. Wow. Ich würde gerne wissen, wie das im Stream aussieht. Wow. 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 Ich will das nochmal sehen. Oh, wow. Es ist nicht, wie das funktioniert, ne? Aber... Wow. 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 Nein. 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 Die Mausi. Mit Ivraldis würde ich das auch mal spielen wollen. Und mit euch, aber mit eure Gruppe auch. Die ist süß, Mann. Ihr seid alle süß. Ich sage heute Abend vielleicht gar nicht mal so unsicher. Hey, Stiefel zumachen. Jetzt warte ich auf, ist ein Madi. Sintelina. What happened? I didn't see it. Jetzt warte ich auf, ist ein Madi. Ich bring mal drüber. Ich weiß nur eins. Wollt ihr geile Clips sehen, dann abonniert Twitch Clips Germany. Abfall. Ne, was haben wir wieder gelacht? Schön, schöne Clippies. Schöne, schöne, schöne Clippies. Dankeschön, Clippy. Das waren wundervolle Clippies. Das hat mal wieder... Ich bin traurig, dass ich das erst jetzt geschafft habe, anzuschauen. Bin wieder up to date. Danke, dass ihr auch so spät noch meine Reaction eingeschaltet habt. Peace. I love you guys. Thank you. Peace and out. So gut. Oh. Bis zum nächsten Mal.